Hallo, mein Name ist Sebastian Schmidt und ich möchte euch oder Ihnen heute zeigen, wie man mit einer PowerPoint und einem Tablet wunderbar wireless unterrichten kann. Das heißt, dass er ohne Kabel im Klassenzimmer stehen kann und auf seinem Tablet unterrichten kann. Alles was man dazu braucht, ist natürlich ein Tablet. Ich fahre einmal hier herum. Man sieht, dass kein Kabel dran ist. Ich habe hier das Surface 3 Pro und dann braucht man einen Beamer, der einen HDMI-Anschluss hat. An diesen HDMI-Anschluss schließt man dann einen sogenannten Dongle an. Ich habe mir jetzt den Dongle von CloudNet Go geleistet. Das hat mir der Kurt Söser aus Österreich empfohlen. Eine hervorragende Homepage führt er übrigens zu diesem Thema. Und diesen Dongle schließe ich an den HDMI-Anschluss und versorge diesen Dongle über den USB-Port, der natürlich auch an einem Beamer dran sein sollte, mit Strom. Und dann ist die Installation schon perfekt. Man sieht hier auf dem Bildschirm das Display dieses Dongles. Alles was ich jetzt machen muss, ist meinen Tablet mit diesem Dongle zu verbinden. Und das funktioniert bei Windows Tablets oder bei Microsoft Tablets folgendermaßen. Man geht auf Geräte, auf Projizieren. Nun wird diese Anzeige gesucht, der CloudNet Dongle wird erkannt und der Bildschirm wird verbunden. Nun habe ich quasi diese Powerpoint-Präsentation, die ich auf dem Beamer habe oder auf dem Tablet habe, auch auf dem Beamer. Eine besonders tolle Möglichkeit kommt hier noch dazu. Wenn ich die Bildschirm-Präsentation starte, kann ich die Referenten-Ansicht verwenden. Gleichzeitig kommt die richtige Präsentation aber vorne. Das heißt, ich kann hier sehen, was als nächstes passiert, welche Animation und ich kann mir hier Notizen dazu fügen. Eins weiter, nächste Animation. Man sieht hier, die Zahlen kommen hinzu. Das war bei mir so eingestellt. Und mit der Stift-Funktion, mit der Stylus-Funktion kann ich sogar in die Präsentation hereinschreiben. Und beides wird übertragen. Den Stift sieht man jetzt nicht. Deswegen zoome ich noch etwas näher heran. Das Tolle daran ist, ich kann jetzt im Klassenzimmer sitzen. Das Lehrerpult konnte ich aufgeben und bin jetzt mitten in der Klasse zum Unterrichten. Und relativ schwer ist dieses Tablet auch nicht. Also kann ich auch von Schülern zu Schülern marschieren und kann meinen Lehrerpult Platz aufgeben. Es gibt auch eine weitere Möglichkeit. Denn nicht immer ist es einfach, hier oben den Dongle anzustecken und ins nächste Klassenzimmer mitzunehmen. Dank unseres Hausmeisters haben wir das HDMI-Kabel des Beamers direkt auf unseren Lehrertisch gelegt. Einen Adapter dazwischen, einen Zwischenschalter und den Dongle anschließen. Dann die Stromzufuhr über das USB-Kabel an einen Stecker anschließen. Den gibt es überall. Ich habe jetzt den von meinem Handy verwendet. Und so haben wir quasi den Anschluss direkt am Pult. Was natürlich dann auch Schüler übernehmen können. Beziehungsweise man ziemlich schnell zu Unterrichtsbegrund auch umstecken kann. Und dann funktioniert das gleiche wieder. Projizieren. Anzeigen werden gesucht. Und wieder habe ich meinen Bildschirm verbunden. Dieses Mal in der Präsentationsansicht. Natürlich kann ich auch hier auf meine Geräte gehen, auf Projizieren, auf Duplizieren. Dann ist der Bildschirm nicht erweitert, sondern ich habe genau das gleiche Bild am Tablet wie am Beamer. Das war's. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen zeigen, wie man mit einem Tablet tatsächlich eine Tafel ersetzen kann. Und das WLAN. In meinen Augen ersetzt das auch eine hochauflösende Tafel vorne, an dem er ja sich wieder nur mit dem Rücken zu den Schülern befindet. Ich hoffe, es wäre ganz gut AAA鬼, wenn wir tanzen können. Wenn wir das mit den Zum